Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA San Andreas, der scheiß Handy. So, ja, wie es aussieht, ich gehe schnell speichern, wie es aussieht, müssen wir da das Herzchen da irgendwie wieder ausführen und wieder ein bisschen schön machen. Zum Glück kann man das nicht cheaten, ne? Was denn? Ich weiß nicht, von was du redest. Von was ich rede, ja. Das ist jetzt Cheat-Simulator. Ja, heute schon, ja. Von wegen zwei Dracomissionen. Ja, wenn du das ganze Geld für Immobilien-Scheiß und Scheißentreck ausgibst, ja, ist so. Ich habe mir auch gesurft, ich habe mir los, dann kannst du das so. Ja, und wie viel hatte ich, wo ich heute angefangen habe zu spielen? Ja, eben. Letzte Folge 120.000. Es ist ein Spiel. Ja, das ist leider so. Ja, das... Ja, aber man kann nicht auch, man kann nicht auch nicht das ganze Geld in Immobilien stecken, weil es einfach nichts bringt. Hast du, hast du jemals wieder einen Rappen gesehen von den Immobilien, die du gekauft hast? Ja. Nein. Ja. Wann? Zeig mir wo und wie. Würde ich wissen. Würde ich wissen. Zum Beispiel der Spielzeugladen. Da, hier. Missab... Missab... Aufschreiben. Das war ein langes Mal, oder? Ja, ich habe mich zu erinnern, dass ich euch alle gegründet habe. Jetzt, warum ich nicht glauben? Geh da hier! Jetzt, Dinge haben sich entwickelt, seit der letzte Mal, dass wir uns besprochen haben. Insofern unsere besten effortsen, die GIG ist nearly auf. Ich bin sicher, dass du einen Weg finden kannst, um deinen Badge zu halten. Dein Kind immer. Du wirst noch nicht verstehen, Carl. Das ist nicht so, dass ich einen ganzen Tag behalte. Hey, hör auf den Mann. Wir alle das gleiche, Carl, du, ich. Wir alle versuchen, sich aus der hole zu holen. Wenn jemand auf mich auf, ich muss auf dich auf. Wo ist Hernandez mit dem fucking Me? Er ist zu lange weg, Tenpenny. Gettet ein bisschen edgy, Fellas? Wie ist das so, du piece of shit? Das gibt dir keine Ahnung, wie edgy ich bin? Woah! What the fuck? Get up, bitch! Du bezigst? Jetzt gibt es eine Ruhe in der Nähe des Westen. Aldeia, Malvada. Und es gibt ein piece of shit D.E.A. Officer mit einem FBI-Agent mit einem Dossier. Jetzt kriegst du das Dossier und schaffst du beide an sie weg. Und dann schaffst du sie weg. Elend, Drex. Drex schreit. Ich rufe der Tagbohr. Ich rufe der Tagbohr. Ich rufe der Tagbohr. Nein, ich rufe der Tagbohr. Ja, übrigens Spielzeuggeschäft, ne? Ja, das Spielzeuggeschäft. Und sonst was? Das ist ja eine offizielle Mission drin. Das musst du machen, damit du Missionen kriegst. Naja, aber man müsste da veröffnen und man müsste da raus. Ja. Zugplatz. Ja, und die ganze... Ich rede jetzt nicht von Geschäften, ich rede jetzt von Wohnungen. Immobilien, du hast von Immobilien geredet. Immobilien sind für mich, sind für mich... Immobilien sind für mich, mein Lieber, sind für mich Häuser. Geschäfte sind Geschäfte, Häuser sind Immobilien. Ein Gebäude ist eine Immobilie, ob da Geschäfte ist, oder ob da Teulung ist, oder ob da... Ja, dann ist die Immobilie. Das ist eine Immobilie. Das ist eine Immobilie mit Geschäft. Ey, sag mal, wo muss ich denn hier hinfliegen? Nein! Ja, sicherlich nie da hin. Ey, was ist denn da unten los? Da wächst ein bisschen Seegras. Aha. Sehr schön. Jetzt kannst du ja hier deinen Kackflugzeug wiederholen. Ja, mach ich gerne. Anstatt den scheiß Helikopter. Wieso will ich eigentlich Muskeln immer wenn ich schwimme? Nee, das kommt dann mit der Zeit. Weil, wenn du zu wenig machst, dann ist das ein bisschen... Also, ich würde jetzt fangen mit der Zeit zu haben. Ja. Du gehst ja jede dritte Folge, gehst du ins Fitnessstudio, oder? Hat sich aber so angehört. So. Dann hätte ich das ja gesagt, dass ich ständig ins Fitnessstudio renne. Ich mache es ja privat auch nie. Habe ich auch keine Zeit dafür. Mhm. Gut nix. Was sind denn diese Orgies? Ach du Scheiße. Also, das ist die Zielperson da? Ja, würde ich gleich mal ausschießen. Danke. Hä? Hat die ne Weste an? Aha. So, Beweis. Autsch, 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 Autsch! Ja, Mission erfüllt, sehr gut. Muss ich nur noch abhauen hier. Nein! Jetzt ist sie wieder... Ist wieder die Scheiße am Dampfen. So, Mission erfüllt. Äh... Äh... Also ich muss mal sagen, das war ganz... ...ganz gut gelöst, sich dort von hinten den Berg hoch anzuschleichen. Das fand ich schon ganz gut. Naja... Merci mal dafür. Hast du gewusst, dass ich die Mission gar nicht kenne? So. Ja, ich denke du hast das schon... Hör jetzt auf damit! Ich weiß nicht, wie man es überspringen kann. ... ... ... ... ... Ich fliege. Packt mich die da da und so weit zu. Ist egal. Aha, der Strecke. So fliegt die da rückwärts. Hier ist aber einiges kaputt, mein Lieber, weil der rückwärts... ...wieder ausfallen und mal wieder auf die Brücke ging und sich das Auto machten. Scheiß, Elend. Drecks, Karre. Ja, wir haben ja genügend Geld zusammengecheatet, da kann man ja auch wieder neue Munition kaufen. Ja, kann man. Voraussichtlich, man gilt sich für Immobilien aus. Geld kann ich Zeit in der Planche. Nein, ich spart das nicht. Ich bin selber schuld. Ja, du... ...ja, ja, jetzt versuchst du meine Schuld wieder mal zu deinem Vorteil zu drehen, ne? Wie immer. Was machst du denn immer? Schreib's in die Comments. Er macht das immer. Ich geb mir ruhig, dass da nicht so getroffen sind. Das ist ein... schöner... Das hat's auch schön gerollt. Siehst du, jetzt haben wir noch einen Hegelberg. Ja, toll. So, auch schon Adel bei der Helm. So, 17 dabei. Das ist gut. So. Hier ist jetzt wieder volle Energie. Na komm. Bis dahin nehm ich den Hubschrauber. Auch wenn das scheiße ist. Das ist ein Leviathan. Hä? Leviathan. Das ist von mir irgendwie bekannt. Ich kenne den Begriff Leviathan schon. Von irgendwie... Sag mir was. Was ist ein Leviathan? Ja. Ja, das ist ein Leviathan. Ja, das ist ein Leviathan. Ja, das ist ein Leviathan. Du sagst aber heute mal. Aha. Ja, aber... Den Namen gibt's irgendwo anders. Du sagst doch nur das Schickbild. So, sowas ist ja klar. Ja. Was ist denn jetzt so klar? Ja, was Leviathan heißt. Kannst du ja mal googeln. Mach das. Das ist alles sofort. Ja, sofort. Ich sag das dann auch mal wieder. Du, wie wärs dann nicht mal mit neu einkleiden? Das hast du ja gesagt, dass ich das nicht machen muss, ne? Ich hab gesagt, dass ich das nicht machen muss. Ob ich das jetzt machen soll, meine ich. Du weißt. Kannst du den jetzt nicht machen? Nein. Einfach mal, dass die Grove Street Scheiße da weg geht. Ich weiß. Kennst du? Na gut. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Du weißt. Wie geht's eigentlich hin, Mann? Ah, das ist wunderschön. Hey. Hey. Kann das sein, dass ihr jede verdammte Immobilie in der Schlacke gekauft habt? Ich? Nein, nein. Wir haben so lange das Geld rumgebaut. Ich hab mal hier im Grunde geparkt, ne? So, und jetzt müssen wir leider gleich wieder schneiden wegen der Scheißmusik. Oh, Baby, I'm back! I am back! Let's get this show on the road! The good doctor has revived the patient. Thank you, thank you, thank you. So I be dang straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Absolutely screwed, but at least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some Mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony, but you know what? It ain't gonna work, okay? Not this time. No way, no way. Look, man, relax. Get a grip. Yeah. You're right. I need to get a grip. Take control. Yes! Grab the foe by the horn. And show everybody who's boss. I'm the boss! I am the boss! Alright then! Alright! Let's tear this town off! That's what I'm saying! So where are we going? Details! Details! Let's just get there! Rack'em up, Maka. What's the matter with you? Yeah! Alter! To the schoolhouse. Yeah, we'll take, I think, the flugger... A flugger... we are two. We're gonna pay the Sindaco's a visit, see how Johnny is. Win him over with some... Kind words during his convalescent day. Well, yeah. Sure. I can take you, buddy. I gotta get out of this thing. Shake my nose, catch me like a racer. Gibt es die Sehunterheuer? Gibt es die Sehunterheuer? Ah, muss ich doch. Eine Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Eine Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft. Aha. Der Name ist für die Jahre der Kette. Aha. Daher kennen wir uns wahrscheinlich nicht. Irgendein Schiff oder so? Gibt es auch. Mehrere Berliner Zeitschiffe. So, warte. Da? Da ist eine abgeborene Kanada. Okay, let's get the show. I'm the boss. I am the boss. I am the boss. I am the boss. Yeah. Yeah. Mehrere Berliner Zeitschrift. Ein russischer Spielfilm von 2014 heißt so. Das ist halt deswegen, bin ich in Russland gekommen. What's going on? Did you forget something? No, look. You go on in. I'm a wait. Uh, look. You gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can. But please, you gotta come with me. I'm gonna squirt my ass all over the floor. Just this once, please. Please, please. Okay, okay, chill. Shit. This can't look good. Listen. Everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. I am the boss. Hey, boys. Tell your boss that Ken Rosenberg is here to see him. Ken who? Ken Rosenberg. Ken Rosenberg, the guy that runs this town. So, how's Johnny? He's doing much better. Yeah. He ate something this morning. Oh. Hey. Oh, was sind Lurts los? Was hat denn da gemacht? Ach, nee. Ah, das ist eine Zeitlupe. Schön dramatisch. Also, wenn ein Maf... Wenn ein Mafia... Entschuldigung. Wieso, das ist eine Zeitlupe. Fuck off, Alter. Also, ich denke, es gibt noch einen... ...amerikanischen Rofen. Hat schon... ...89 da sein. Ich habe den Extinguisher. Ich komme nicht raus, bis es ist sicher. Da ist immer noch... ... ein Leben. Wieso? So, ich denke, es gibt noch einen... ...habe ich denn was anderes noch? Ja, weil das hier, das gefällt mir schon besser. Ich denke, es ist ein... ... und eine jüdische Ausflugung. Aha. ...die aber schon verstorben ist. Todesursache? Ich brauche keine Altersfläche. Aha. Gehe ich jetzt mal davon aus. Ey! Das spritzt mir ins Gesicht. Ja, Alter. Lass mal auf zu spritzen, Mann. Dankeschön. Pass auf, dass du mir so eine Schweinehälfte an den Kopf kippst. Ah. Fuck off. Auf Ficken, Alter. Ach, hier müssen wir rein. So. Nein! Ach, nee. Habe ich gespeichert eigentlich? Ja, ich habe gespeichert. Ach, ihr seid doch oben. Ah, nee, ich habe, ich habe nicht, ich habe nicht gespeichert. Seid ihr auch froh, oder was? Ja. Na ja, ich habe nicht gespeichert. Ich bin selber ein Idiot. Ja, ich krieg mir neue Waffen kommen. Das ist nicht so schlimm. Hast du auch schon kurz gespeichert? Ja, und dann bin ich zu einer Polizeimission. Ja, und dann bin ich zu einer Polizeimission. Ne, es ist nicht so schlimm. So, meine Lieben, ich verabschiede mich für heute. Also, wir verabschieden uns. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.